Bevor das Video beginnt, wollte ich euch kurz über das kommende Bike Meet informieren, welches am 08.05. stattfindet und alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Also falls ihr Zeit oder Lust habt, dann kommt gerne vorbei. Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch... Äh... Schau mal! Ich... Ja. Ein Fahrrad! Äh, was willst du denn? Ah! Alter! Was, Alter? Ey, der klaut mein Bike! Alter, nein! Ey! Nein, Mann! Das ist mein Bike! Yo, der klaut einfach mein Bike! Ja, toll! So, meine Freunde der Bodenbaumbeglückung. Hier sehen sie gerade den Adrian springen. Da Philipp sich entschieden hat, frühzeitig in Rente zu gehen und sich selber zum Krüppel zu machen. Mach ich jetzt halt sein hier und... Hallo, lauere mir nicht dazwischen. Was ist das? Ich mach ein Intro. Ja. Willst du mit drin sein? Nee. Perfekt. Da Philipp sich entschieden hat, sich selber zum Krüppel zu machen und frühzeitig in Rente zu gehen. Mach ich, als sein Neon-Router... Ruhe! Ach, scheiß, doch. Später nochmal. Oh, scheiß. Oh, sorry. only for experts, na dann mal rauf, hier mal einen bock zu senden, wär der wind nicht hätte ich so bock da zu springen, ist hier immer so viel wind, wenn es stark wird, dann kommt in die luft, dann ist mal ein halben meter nach links, ich habe einen kamm, der wind geht gar nicht gerade, da fährt man alles so offen wir haben schnee gefunden, dann los, jetzt wird gepfeffert, oh die länge das sind so viele viel für mein gewinn ja, ist entspannend kann man doch machen boah ist das schwer ein bisschen manual content perfekt ah die pedalen sind spitz boah muss ich reißen pump track ja, schnell ist was anderes ah, hui fahr einfach ja was ist denn da jetzt hier schon wieder für eine pause das rad fühlt sich zu deinem hingezogen tatsächlich der ist ja nur abhüll hier äh ja rechts heilige scheiße das ist doch kein trail boah du fährst aber auf wege hier hee 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 so, eins 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 ach, ist doch wunder voll äh so, ein morzin Baller, Junge boah, alter BAM, Junge der klappert, ey sieht so aus, als könnte man hier rein fahren ja, sehe ich auch so boah schön verlob, dem bike gehts gut ja ah, der stock ist mir fast die Eier geflogen ach, guck mal, da gehts ja weiter guck mal, da hinten gehts nicht schwarz und lang wo boah, schwarz ist immer so schwarz und lang ha gay boah, da kommt Matsch Achtung Achtung iiii iiii nein iiii ach, guck mal, hier gibts äh, Bonalock oey, Junge hee 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 voll die schöne Natur ich geh mal runter, schalte schick's gleich weg auch gleich oah, ich hab's schön alles am Bein geil ja, ich wollt mal duschen oah, da slipped aber einer mies na los, Junge oah, heilig schneller oah, ist das anstrengend ja haben wir gleich fahr doch fahr doch fahr doch entspannte Bergfahrt oah was soll die Scheiße eben mit dem Stock fahr doch pissig oah, komm jetzt oah oah Stau weißt ja gar nicht, sorry guck hier kriegen wir gleich wieder Tipps zum Fahren Alarm 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 die ganze Junge zu Hallo jetzt wird gepfäffert das Bike fährt sich schön pufferisch Was machen die Bäume denn hier? Nichts wie überhaupt so. Warum hast du nur ne Maske auf? Was machen die Bäume denn hier? Schlafen. Ach, Entschulde. Boah, heilige Scheiß, Jungs. Ah, der nächste. Jungs, wir gehen baumreich. Wie die alle schieben, oder? Ja. Trotzdem schneller. Ich hätte einen Frontschutz geben können. Ach, Bunnyhop irgendwann kommt er rüber. Boah, heilige Papa allein. Boah, Junge. Marcel, komm. Marcel, dort sind dein bester Freund. Die GoPro läuft. Also bemüht dich, gut hinzufallen. Wenn nicht, wir haben auch einen Fail-Off-Camp. Dann. Jo, stabil. Wer ist er, Junge? Wolltest du nicht als erster oben sein, um dir eine Pause zu machen vor anderen? Ich meine, der erste ist bereits nicht. Dich, ne? Jetzt fahr! Warum ich? Ja, das ist immer lustiger. Ja, das wird ja lustig jetzt. Hä, wo lag'n? Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist nicht richtig. Ja, hier sind wir ja schon wieder. Siehste, wir haben es doch gefunden. Das ist ein bisschen so ein bisschen. Boah, Ha! Kurze Apfel-Section! Junge, hier ist ja auch alles zu. Ah, da geht der Trail weiter, ich seh's schon. Jetzt müssen wir wieder ein Stück hoch durch meine Fahrfeder. Da kommt ein Baumstumpf, weiß ich ja nicht, ist einfach drüber gefahren, ja wow, ich hab mir mehr auf, Baum, sag mal hier kannst du ja nirgendwo reintreten, alter, sag mal fahr, wir holen dich ein, glaub mir, wir holen dich ein, voll die Cracklache, Junge, komm wir fahren jetzt hier, die Bachline, ach, Schnauze, lecker, lecker, oh, ich hasse es, oh, hier hat jemand hingeschissen, Ball an, Junge, schön über den Fluss, Achtung, hier ist Draht, Achtung, hier ist Draht, Achtung, hier ist Draht, ja vorsichtig, oh, 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 oh Mensch, ich hab ihn berührt, oh, geil, jawoll, oh, 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 oh.